Was geht ab, Leute? Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wenn ihr dieses Video seht, dann habt ihr vermutlich das Problem, dass DaVinci Resolve eure Clips als Media Offline anzeigt. Ihr wolltet vielleicht nach langer Zeit mal wieder ein Projekt bearbeiten und merkt dann beim Öffnen, gewisse Clips werden als Media Offline angezeigt. Kein Grund zur Panik, meistens liegt es einfach nur daran, dass ihr die Dateien irgendwo auf eurem PC verschoben habt, den Pfad geändert habt. Somit fehlt DaVinci die Verbindung und dann wird Media Offline angezeigt. Mit nur ein paar Klicks können wir das Ganze in DaVinci Resolve beheben. Ich zeige euch heute, wie das geht. Ich hoffe, es gelingt und ihr könnt weiter an eurem Projekt arbeiten. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert meinen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Und dann wünsche ich nun gutes Gelingen und viel Spaß bei diesem Video. Hier sind wir nun in der Edit Page. Und wie man schon sehen kann, werden hier zwei meiner Clips als Media Offline angezeigt und sind somit nicht mehr abspielbar und nicht in meinem Projekt zu verwenden. Wenn man das Ganze jetzt beheben möchte, dann muss man als erstes mal in die Media Page wechseln. Das machen wir hier unten über diesen Button. Hier in der Media Page werden euch die ganzen Clips angezeigt, die ihr derzeit in eurem Projekt verwendet. Sollte die Ansicht bei euch anders aussehen, dann wechselt hier mal bitte über diese Button in die List View Ansicht. Also vermutlich habt ihr dann eine dieser beiden ausgewählt. Wir brauchen jetzt aber diese ganzen Metadaten hier, beziehungsweise wir brauchen den Clip-Namen. Nämlich wenn ihr nicht wisst, wo die Datei derzeit auf eurem PC liegt, müssen wir die erstmal suchen. Und dazu brauchen wir den Dateinamen. Klickt einfach mal hier auf den Dateinamen, sodass sich diese Bearbeitungsansicht öffnet und kopiert euch die Bezeichnung raus mit STRG und C. Nun geht ihr mit der Suchfunktion eures PCs auf die Suche nach dieser Datei, so damit ihr den Ordner findet, wo die gerade liegt. Denn das brauchen wir jetzt im nächsten Schritt. Habt ihr das Ganze gefunden und wisst den Pfad, dann wählt ihr mal die Dateien, die als Offline angezeigt werden, an. Ihr klickt einfach auf die erste Zeile, so damit sie dunkel hinterlegt ist. Dann haltet ihr STRG gedrückt und klickt auf die nächste Zeile. So macht ihr das mit allen, die offline sind. Und dann macht ihr einen Rechtsklick drauf. Jetzt habt ihr hier die Auswahlmöglichkeit Change Source Folder. Da klickt ihr mal drauf. Nun öffnet sich dieses Fenster hier. Die erste Spalte zeigt an, wo eure Datei bei der Projekterstellung noch gelegen hat. In der zweiten Spalte muss nun der neue Pfad rein, so damit DaVinci das Ganze neu verlinken kann. Wenn ihr jetzt auf eurem PC die Datei gefunden habt, dann sucht ihr nochmal danach, indem ihr hier auf Browse klickt. Bei mir ist das Ganze jetzt auf E. Ich habe das da mit Absicht mal in Ordner erstellt, um euch das hier zu zeigen. Das ist Test DaVinci Media Offline. Hier habe ich die zwei Dateien reingelegt. Dann klicke ich hier auf Open, dann auf Change. Und wie ihr sehen könnt, wechselt das Ganze dann wieder in Weiß. Es ist nicht mehr rot hinterlegt. Und ich kann wieder auf beide Clips zugreifen. Gehen wir mal in die Edit Page, schauen da auch nochmal nach. Und hier wird nun nichts mehr als Media Offline angezeigt. Und ich kann wieder, wie gewohnt, ganz normal an meinem Projekt weiterarbeiten. Ja, wie bereits im Intro gesagt, es sind wirklich nur ein paar Klicks und dann sollte das Ganze im Normalfall wieder funktionieren. Einziges Problem wäre wirklich, wenn ihr die Footage, also eure Dateien, komplett von eurem PC gelöscht habt und die nicht mehr findet. Dann sind sie leider nicht mehr in DaVinci verwendbar und ihr müsstet sie durch neue Clips ersetzen. Wenn ihr irgendwelche Probleme dabei habt, dann keine Scheu. Schreibt mir unten in den Kommentaren. Ich versuche jedem, so gut ich kann, zu helfen. Denn ich weiß, wie ärgerlich es sein kann, wenn man ewig an einem Projekt gearbeitet hat und dann durch solche Probleme nicht mehr weitermachen kann. Also wie gesagt, schreibt mir einfach. Ich werde jedem persönlich antworten. Ich hoffe, es gelingt euch. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, damit würdet ihr mich sehr unterstützen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao und auf Wiedersehen. Ciao und auf Wiedersehen.